Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends mit mir, dem Yugi Freak, hier im League of Legends Oberguru. Wie ihr wisst, ja, ich hab mich heute wieder für Lux entschieden, die ich ja auch schon in meiner ersten Dominion-Folge genommen hatte. Ja, ich hab lange jetzt nicht mehr mit Lux gespielt, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt so läuft. Ja, ähm, so, ich kann ja mal eben kurz die Teams durchgehen, Z, Timo, Lux, Riven, Diana, oder Diana, ja, Nemesis, Jax, Nidalee, Melfight, Rammus und Annie. So, die haben auch alle schon relativ gut geladen, bis auf der Timo, der ist erst bei 20, 19% momentan, 20, wenn das so in dem Tempo lädt, dann wird die Folge so in zwei Stunden dauern, ungefähr, schätze ich. Ja, ähm, so. Gigalon heißt ein Gegner und Shiroab, Shiroab. Egox. So, ich bin jetzt hier fertig geladen, die anderen auch schon fast alle, bis auf drei, bis auf der Egox, der Spreix und der Kekisinek. Ja, so. Gleich geht's los, der Nidrigsat, 68%, der Rammus, selbst Temo ist schneller fertig geworden. So, mal gucken gleich, was so empfohlene Items für Lux sind. Ich werde wahrscheinlich zuerst auf diese, ähm, Wugeltex, Wugelitz Hexenhaube, oder wie das heißt, Gain in Dominion. Weil die ist ja mit Seance, oder, ich kann das schlecht aussprechen, die Items, ist aber auch egal, mit diesem Seance, ähm, Stundenglas, wo man versteinert und Rabaddons Todeshaube, ähm, kombiniert. Also, das ist komfortabel für mich. Weil ich mag dieses Seance-Stundenglas sehr. Wenn man dann so versteinert, man ist ja dann unverwundbar, dann klinken die Attacken ein bisschen ab. Ja. So. Mal gucken, hier. Ach, ich kaufe mir einfach so schon ein. Für Fähigkeitsstärke. So, ich muss noch eben kurz den Sound anpassen. Weil die Musik... So. Nice Skims. Na gut, ich hab ja keinen, aber... Ich hoffe, man hört mich auch gut. Sonst spreche ich ihn ein bisschen deutlicher. Das muss ich nach der Aufnahme machen. Gucken. Oh, weckt es? So. Ich hoffe, es leckt nicht. So. Komm, ich will losgehen. Der Kampf hat begonnen. Ich liebe es, der Kampf hat geniert. Natürlich nicht. Na gut. Warum sollte ich? Jetzt weitergehen, sehe ich nicht ein. Das seh ich nicht ein, meine Freunde. Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Ich seh's mir an. Keine Attacken mehr. Tut mir leid. Hele Entscheidung. Hele Entscheidung. So. Da haben wir den ersten Kill. Ja, danke Und Ich hab den zweiten Kill bekommen Das ist gut Wir haben den Turm, das sieht ja jetzt ganz gut aus Der Fight ist uns ja gerade geglückt Und ich klau der Riven lieber an, nicht das Herz So Jetzt ist dieser Posten Naja, gut, ich dachte, der wäre unbeaufsichtigt, aber Den sollten wir eigentlich Unter Kontrolle bekommen Oh, wie spreche ich denn? Schlimm, sowas Unter Kontrolle bekommen Scheiße Demo, rennen Ich bräuchte mal ein bisschen Mana So, nein, Demo 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 Mayfight ist ja gut, ne? Der ist gut Wollte sich den Kill die ganze Zeit holen Kommt ein Rammus daher Zack Rammus kriegt den Kill So, wir müssen mal hier Defenden Wow Er hat seine Ulti gemacht Okay, das ist ein bisschen fraglich Hier seine Ulti reinzuschmeißen, aber Danke, Jaxx Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen Luchs Noob Champ So, jetzt Schreibe ich I'm too good for you Ein bisschen provozieren hier Kann ja nicht schaden Ich weiß, dass Lux OP ist, aber Ein bisschen provozieren hier Schon ganz nice Dein Team hat den Steinbruch eingenommen Helle Entscheidung So Hab ich den mal Konzentration auf den Kampf Dieser scheiß Malfight Warum ist der Ach so, das Sturmschild Der gegnerische Nexus Erleuchte den Sieg 75% intakt Wah, was war das denn Entschuldigung Hilfe Komm Slayn Slaynt ihn Ach, scheiße Das war gut von mir Blutrauch Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen Nein So, ich brauch noch Geld 1000 Irgendwas Ich sollte mal meine Ehe Lieber leveln Mal wieder Weil ich level die irgendwie selten Oh, das war nice Ach ne, jetzt krieg ich keinen Assist Egal 3 zu 0, ja Ist ganz gut 7 Assists Es gibt so ein Item Wo man ja Dings farmt Fähigkeit stärker Wenn man assist Und da Kills bekommt Aber ich weiß nicht Wie man das Also wie das heißt Leider Ach, Steal mir den Killjong Krieg bitte keine Bumpe Hä So, gleich hab ich genügend Geld Das ist gut Dann mach ich mal hier Die Vasall nehmen So, jetzt dürfte ich genug haben Ähm Vogelnetz Hexenhaube Als nächstes Hol ich mir leeren Stab Schätze ich Unterwegs Oh Warum hab ich keinen? Alter Alter Ich war so Junge Ich hab da keine Assist bekommen Dann war ich in 2 Sekunden tot Auf einmal Wie viel Schaden Wie viel Schaden die Annie macht Ich war betäubt Das ist ja normal Ne Das ist irgendwie Unfall Ergerlich so was Ergerlich so was Ach, warum hab ich eigentlich nicht Vogelnetz Hexenhaube aktiviert Wir schaffen das Unskill Riven Shut up Na gut Die Riven ist besser als der Also Will ich mal nicht zu lauten Tönen greifen hier Noch Z Sonst ziehst du meine Ulti zu spüren hier Dein Team hat den Knochenhof eingenommen Das ist gefährlich, wenn man nicht vor sich guckt Irgendein erwischt es immer Annie macht so viel Schaden Das ist ja auch keine Chance mehr Scheiße Ich darf doch nicht von Malfight im Alleingang getötet werden Mein Gott, wo wir das hinführen Komm, friss meine Ulti Schade Vielleicht gibt das ein paar Assists Macht leider noch nicht so viel Schaden Na gut, 500, aber Ja Gut Das ist doch nicht die Welt So Ich sollte mal hier einnehmen helfen Dein Team hat den Knochenhof eingenommen Was ist das eigentlich für ein Malfight Ein Fähigkeitstärke Und 200 Rüstung Und so Der Gegner hat die Windmühle eingenommen Der Nidali So OP bist du halt auch nicht Jede OP hat eine Grenze Alter Mann Ich dachte, ich wäre da schon raus Das ist unfair Wäre sowas Die One hittet ja einen Geh mal zurück Ich kann nichts tun Außer mir hier Ich muss mich aufrüsten Das ist ein Zauberstab Dein Team hat die Windmühle eingenommen Dein Team hat die Windmühle eingenommen Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen Gut, ich habe die wenigstens noch Gerettet bekommen Ne, 1000 kostet das Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert Ach ey Dein Team hat den Knoppenhof eingenommen Quest erhalten Ach ey Der Gegner hat das Wir schaffen das So Let me get'n assist Please Nein Scheiße Der Gegner hat den Knoppenhof eingenommen Unterwegs Dein Team hat den Steinbruch eingenommen Noch 2, 3 Vasallen Dann habe ich 100 Obwohl, ich gehe mal zurück Bis dahin dürfte ich das haben So, nun warte ich eben 20, 30 Gold Okay Jetzt warte ich die 25 Gold 20, 17 14, 9 6, 3 Gut Und wir gewinnen das wahrscheinlich noch Aber ich habe lange kein Assist oder Kill mehr bekommen Das ärgert mich jetzt so ein bisschen Naja gut Ähm Ich komme mal oben helfen, glaube ich Oder unten Naja Und es besser zu verteidigen Ganz ehrlich Gut Gut Den einen Kill habe ich jetzt Noch schön bekommen Ja, ne Dali Der Gegner hat die Windmühle eingenommen Wir schaffen das So Ähm Gleich dürfte es hier Vorbei sein Na gut Nicht vorbei Aber Hilfe Bitte Danke 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 Ich werde mal große Lux Wir haben ja eh keinen Tank Erleuchte den Weg Na gut Der Riven vielleicht Als off Der Gegner hat den Knochenhuf eingenommen Dein Team hat das Wohr eingenommen Vertreibe die Schatten Das war mal ein Knochenhuf eingenommen Na gut Na gut Ich bin gestorben Hab über einen Killsteal hinbekommen Ah Das nenne ich Skill Gut Gut So Jetzt geht's hier weiter Ich hab mehr Fähigkeit stärker als die Annie Das ist auch gut Ruhig mir mal hier den Turm Die Vasallen Die Zweifel Zauber Vasallen machen mir so viel Schaden Auf Dauer Geht doch da dran Ein Gegner wurde getötet 600 Schaden haben die beiden gemacht Ey Das ist Wahnsinn Temo du Hund Sag ich mal lieber Nein Ach Temo Junge Annie ist ja richtig der Camper Die campt da im Busch Jetzt bin ich zum Schluss tot Das ist irgendwie scheiße jetzt Ah Temo komm bitte Krieg einen rein Ich bin mir sicher du schaffst das Jax Nein Oh Warum Weil eben Die So Das war's dann schon wieder Leider mit dem Tod zum Schluss Na gut Aber Bis zum nächsten Mal Tschüss Leute